Ja lol Leute, hier ist der Vagina-Kampf 39 und ich werde euch heute zeigen, wie man die beste Schnaiper-Klasse in Schwarzober 2 erstellt. Als erstes brauchen wir natürlich eine Schnipper und das wird die beste Waffe überhaupt sein, DSVUASTY7839434. Weil die DSR50, die wiegt 50kg, wegen der 50, für irgendwas müsste sie ja stehen und deswegen läuft man ganz langsam damit, ist nicht gut, nicht gut. Also benutzen wir die DSVUAS, obwohl wir, wir werden eh nicht so viel laufen, also nehmen wir lieber die hier, die sieht cooler aus. So, bei den Aufsätzen benutzen wir den Schalldämpfer, weil so hören wir die Gegner nicht, Logik, und die CPU-Ballistica. Wenn die CPU, also der Prozessor eures Computers, beschleunigt wird, könnt ihr schneller zielen und mehr Kills bekommen. Und die Sekundärwaffe wird die SMAU. Die SMAU, weil wenn jemand ganz nah rankommen sollte, dann ziehen wir das da raus und dann kaboom. Weil so gewinnen wir jede Auseinandersetzung. So die, äh, diese komischen Dinger da, werden wir erstmal Geist benutzen, weil wir richtig gute Spieler sind. Ähm, das da sieht doch cool aus. Und natürlich, äh, nicht das hier, weil wir werden nicht laufen jetzt, okay? Äh, das da sieht krass aus. Dann natürlich hier die Bettys und die Schockys. Weil, so, wenn wir auf der Karte Pizza spielen, dann können wir zwei Schockys oben legen und eine Betty. Und dann holen wir uns später noch eine Betty. Ne, dann haben wir alles gesichert, weil wir richtig gute Spieler sind und wir bewegen uns natürlich nicht. Und dann kann man da unten zielen, ne. Und wenn die trotzdem hochkommen sollten, dann holt ihr die SMAU raus und tötet sie mit einer Rakete. Also richtig gute Klasse hier. So. Und das war's das ungefähr, ne. Ne, und, ähm, wenn ihr jetzt noch eine, äh, irgendwas hier so bemalen möchtet, ne. Möchtet ihr hier, was, das sieht doch cool aus. Ne. Und, äh, das sieht richtig geil aus, alles. Graffiti, das kaufe ich mir gleich, okay? Weil das macht mich auch zum besseren Spieler. So. Das war mein erstes Tutorial, wie man eine Sniperklasse in Schwarz Opa 2 macht. Das beste Spiel, was es gibt. Tschüss. Tschüss.